Ein Schwerlass, der mitten auf der Straße steht. Alter, ist hier ein bisschen los. Oh, inkompetente Stück Scheiße. Alter, wie viele Autos sind hier los? Ey. Jo, als ob dieses Auto ziemlich reingefahren ist. Du musst quasi in das Auto reinfahren. Und jetzt geht die Scheiße, es ist schon wieder los. Scheiß Auto, danke. Jetzt häng ich. Das ist richtig voll hier. Tim, ich glaub du musst dich zurücksetzen. Ja, wir sind gerade die 27 Menschen hier. Und wir dürfen jetzt... Alter, dieses Auto. Alter. Was geht hier ab? Ich meine... Der liegt hier einfach, der eine. Geile. Der liegt hier einfach. Ja, wir sind gerade bei mir zwei, dass ich... Leute... Die wollen alle da durch, wo ich irgendwas rausschaffen will. Oh Scheiße, ich kann hier nicht anfahren. Auch jetzt. Geil, dass du dich rauskommst. Ich muss ja den ersten Dank schon. Ja, dass du dich rauskommst. Ja, dass du dich rauskommst. Ja. Ja.